Mission erfüllt! Respekt Plus! Dann wollen wir erstmal hier rein speichern gehen. Um das Spiel zu speichern, nimm das Disketten-Symbol auf. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Ja, das ist ja fast immer so. Spielstand 1. Okay. So. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der nächsten Mission hier an. Ups. Hallo? Hey, ich dachte, ich erkläre was. Sweet, ey, wassup? Seitdem du weg bist, hat was hier verändert. Große Street Familien sind nicht mehr groß. Seville Blvd-Familien und Timbaldry-Familien sind geblieben und verbreitet mit den Großen. Jetzt sind wir so beschäftigt, dass Sett-Tripp und Baller und Vargas übernommen sind. Also schau dich da draußen. Ja, ich höre dich. Danke für die Hände. Keine Ahnung. Ja, sehr nett für die Infos, aber ich wollte jetzt hier Mission starten. Hey man, was you want? Seeing my homie. Sup with you? Yeah, homies. Yeah, it's good to see you back. No homie love, no hub. Oh, for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paidin' over our hit-up, man. Shit is beautiful. T-Stone a lesson. Fuckin' Grove Street. You damn? I'm always damn. Ah, yeah. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Autofahren ist auch kein Problem für mich. Hey, O'Reese still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got five minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, help me. Was soll ich im Friseurladen, mein Gott? Ich hab keinen Bock auf ne neue Frisur. Make yourself comfortable, son. What you want done to your melon. Ja, welchen Haarschnitt nehmen wir? Zu teuer. Ach so viel Frisur. Ach du Scheiße. Äh, Eingabe zurück. Was für kurze Bürste. Ist ein bisschen langweilig, ne? Aber das ist also. So. So, ähm. Beenden Eingabe. Die Frisur sieht zwar immer noch scheiße aus, aber wir wollen bestimmt auch noch ne bessere. Wenn wir mal mehr Geld haben. Und bessere Frisurladen kennen. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, was ist das? Shit looked ridiculous. Oh, Respekt for the hood. Oh, clean as shit. Was für ein riesen Joint traucht der? I'm looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Ja, können wir jetzt gehen? Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst wirst du fett. Ja, das ist doch klar. Das weiß aber jeder. Um dir die Statistik anzusehen. Sex Appeal ist aber ganz schön hoch, ne? Fett aber ganz schön hoch. Und Respekt läuft langsam. Fängt langsam an. Go smoke some Chiba. What would you like, Sir? Ja, das sieht super aus. Das nehm ich doch sofort, ey. Das ist doch top, diese Pizza. Mein Gott. Nice and cheesy does it. So. Äh, Eingabe beenden. Wir essen natürlich direkt am Tresen, so cool wie wir sind. Und wir brauchen uns nicht umsetzen, wofür auch. Und der kann halt natürlich jetzt erstmal... Give up the money. Das ist ein Raid. Ryder, nicht das wieder. Das ist nicht ich, fool. Niemand sonst ist so klein. Ich fühle mich sorry für deinen Vater. Shit, du bist verrückt. Lass uns rein. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! Yo, geht der voller Puder ne Schrotfinte raus. This pizza piler is no push over. Ah. What you waiting for, fool? Take us back to the grove, motherfucker. Alter. Tja. Was geht doch mal, Leute, die gehen ab. Da kann ich mal die Schrotfinte rausholen. Natürlich. So, jetzt fahren wir den kleinen Spinner erst wieder nach Hause. Überfahren dabei noch ein paar neue Leute. Habe rein, noch das halbe Auto kaputt. Ist ja nicht unseres, ne? Und parken perfekt ein. Yo, Respekt verdient. Und ich würde sagen, weil wir so cool sind, laufen wir von roten Kreis zu roten Kreis und schaffen hier auch wieder an. Auf geht's! Wir haben eine Spraydose. Super Sache! Haben wir auf dem Führerschein? Auf geht's! Irgendwelche Hauswände anspülen. Um 6 Uhr morgens. In-game-Tag-Tag-Tag natürlich. Da ist die erste und die Pris-Roller. Super. Ich darf jetzt hier wieder rumsprühen. Super. Ich darf jetzt hier wieder rumsprühen. Super. Ich darf jetzt hier wieder rumsprühen. Warum sind doch immer die Bullen da, wenn ich grad mal was ansprühe? Wo ist die nächste Markierung? Oh, hier. Steigt wieder ins Speedwagen. Da laufen schon wieder Frauen rum. Das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, hier über die Bullen ist wichtig. Ich darf jetzt noch fahren. Naja. Gefahren. Ja. 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 Arschloch. Du 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 du. Ach du Schei. Acht. Und tschüss. Ich bin wieder weg. Ne. Ich springe einfach über so Zäune. Hier nochmal hoch. Hier nochmal hoch. Hier nochmal hoch. Wo ist das schwule Graffiti? Da. Ich muss noch mal ein bisschen was an der Tastatureinstellung hier ändern. Ich bin ja mal gar nicht klar. Sprint mal auf Leertaste. Komm, quick! Get in!